Ja, ich muss gleich 50 einzelne Videos aneinander schneiden, aber hey Leute, das mache ich lieber, als wenn ihr dann Sachen nicht seht. Das finde ich scheiße irgendwie. Das ist ja auch irgendwie, das ist nicht der Sinn der Sache. Dazu mache ich keine Let's Plays. So, was haben wir doch da? Noch ein Echsen-Typ. Komm her. Ja, komm. Jetzt zeige ich euch mal, wie mein Kampf-Tutorial geht. Er greift mich an. Oh fuck. Ja, eigentlich ist der Kampf-Tutorial basiert darauf, dass man wartet, bis er von oben einen Schlag macht. Also, wenn er direkt auf einen Zug rennt, dann machen die von oben einen Schlag. Und dann, sobald er das gemacht hat, also da kann ich rein-Puschen, indem ich halt einen Konter sozusagen. Und wenn ich das gemacht habe, dann kann ich einfach rückwärts laufen. Da ist ein Drachen vor uns. Dann kann ich einfach rückwärts laufen und, äh, ja, dann hab ich das soweit, dass ich rückwärts gelaufen bin. Ich verliere gerade voll den Faden, Entschuldigung, Leute. Äh, dass ich halt, dass er dann wieder von oben angreift und dich wieder da rein-Puschen kann. Genau, genau das wollte ich sagen, genau. So, äh, Spiel speichern, Leute. Ja, Leute, ähm, es tut mir leid. Ja. Ich hab' einen Golem beschworen und hier war ein Bug. Ich bin hier unsichtbar gewesen. Also, äh, der Drache, der hat mich zwar gesehen, aber, äh, ich war unsichtbar halt. Da ist nichts. Er ist tot. Ja, nach dem zweiten Anlauf hab' ich's geschafft. Hier ist mein Golem. Ähm, es tut mir leid. Ich habe danach hier gespeichert und habe wieder die Aufnahmen unterbrochen. Und trotzdem ist es passiert, dass, äh, es, äh, Fraps abgestürzt ist. Ja. Es tut mir leid. Ich kann, mehr kann ich dazu nicht sagen, außer es tut mir leid. Ja. Es tut mir leid, ja. Und ich tritt die Scheißschalter nicht. Äh, trifft man die überhaupt? Äh, achso, ich hab' die schon getroffen. Äh, toll. Ja, Leute, es tut mir wirklich leid. Ich kann nichts dafür. Ich weiß nicht, ich hab' jetzt Fraps deinstalliert und neu installiert. Ich hab' keine Ahnung, ob das was bringt. Wo bin ich denn hier? Okay. Ich werd' jetzt mal eben hier hochgehen. Ich hab' keine Ahnung, was hier oben ist. Äh, das ist der Schalter. Hä? Ich denke, hab' ich den Schalter nicht abgeschossen, um damit die Brücke überhaupt erscheint? Ach, ich weiß es nicht. Ich will's auch gar nicht wissen. Naja, egal. What the fuck, da ist ein Suchender. Und er merkt uns nicht mal. So. Äh, ja, wo waren wir stehen? Nicht! Boah! Ich hab' grad' gesagt, nicht runterfallen, ne? So, dann werden wir das gleiche mal eben hier machen. Also ich würd' sagen, dann aktivieren wir hier den Schalter auch. Obwohl ich glaube, dass wir den schon aktiviert haben mit den Pfeilen halt. Obwohl ich mir gerade unsicher bin. Ich hab' keine Ahnung. Egal. Ich aktivieren einfach mal. Ich hab' was gehört. Ich weiß nicht, ob es gut oder schlecht war. Ähm. Ja. So. Ja, mir vergeht grad' die Spaß an der Freude an dem Spiel hier. Und zwar halt wegen Fraps. Ich hab' keine Ahnung, was das soll. Ich werd' jetzt hier auch nochmal speichern. Er will nicht aufnehmen. Ich glaub' es hackt. Ich hab' grad' zwei Skelette hier gekillt. Ich hab' vergessen, die Aufnahmetaste zu... Eigentlich hab' ich sie gedrückt. Aber okay. Äh, hoffentlich hasse Fraps. Also eigentlich mag ich's. Aber jetzt gerade ist es absoluter Scheiß. So, da ist ein Suchender. Fuck. Okay. Kümmer ich mich erst an das Skelett. Und das Lustige bei den Skeletten ist nämlich, dass die sowas von derbst schwach sind. Ja. Richtig schwach. Hier, könnt ihr mal sehen. Fast alle. Ganz Lebensenergie weg. Aber dafür bringen sie auch relativ wenig Erfahrung. Siehe da, 150. So, jetzt werd' ich weiter essen. Äh, trinken. Wie auch immer. Essen, trinken. Wie auch immer. Ja, bla bla bla. Ja, mir vergeht grad' hier gesagt die Freude. Die Spaß an der Freude hier. Das Zweisuchen, ne? Ne, oder? Natürlichsens Zweisuchen. Wär auch langweilig, wenn nicht. Ja, Gott. So, erstmal das Skelett weg. So, das Skelett hat keine Ahnung, wo wir sind. Das kann ich aber jetzt gerne herausfinden. So, das Skelett wäre auch weg. Wie mach' ich das jetzt? Ja, mit nem Eisblock, würd' ich sagen, ne? Hm. Welchen friere ich? Den friere ich. Willst du mich verarschen? Nein, nicht die ganze Zeit, dass ich den Kinder, glaub' ich. So, Leute. Leicht, knapp, egal. Ist alles im grünen Bereich. Ein Suchender. Noch ein Suchender. Ja, ich werd' aber jetzt wieder speichern. Ja. Wie gesagt, ich vertraue meinem Fraps nicht mehr. Es tut mir echt leid. Ich kann, ja, ich kann eigentlich echt nur sagen, so oft kann ich wiederholen, wie leid es mir tut. Aber, dass ich jetzt hier die ganze Zeit brauche, halt wegen Speichern und keine Ahnung was, ist doch kacke. Aber gut, egal. Ich kann da jetzt leider, leider, echt leider nichts dran ändern. So, hier ist kein Gegner. Doch, ein Skelett. Wie süß. Äh, Skelette sind kein Problem mehr. Ja, komm her. Du auch. So, das glätt' wir auch daneben. Äh, Geschichte, wie auch immer. Was ist das da hinten? Schattenlord. Was ist denn ein Schattenlord, bitte? Was ist das denn jetzt schon wieder? Was soll der Scheiß? Ja, gegen Skelette habe ich jetzt nicht so die Kampftaktik, wie man eventuell auch sieht. So, äh, ja, zum Leid, Leute, ich werfe vor dem Schattenlord, werde ich wieder abspeichern. Ja, es tut mir leid, es tut mir echt leid. Es tut mir echt unendlich leid. So, ja, und weiter geht's. Der Schattenlord, der muss, so... Okay, der Schattenlord kommt auf mich zu. Oh, fuck. Oh, nein. Immer diese schweren Gegner. Ich hab mir schon gedacht, dass ich zuerst hätte den anderen killen sollen. Ja, ich muss zuerst den anderen killen. Okay, also nochmal. Okay, sorry, Leute. Nochmal, wie gesagt. So. So. Hä? Ist das denn jetzt neu da, oder was? Scheiße, Schattenlord. Okay, okay, okay. Come on, guy. And die. So, 600. Ein Zweihänder und, äh, Schattenlord hat einen Schlüssel und 650 Gold. Sehr interessant. Äh, neuer Tagebucheintrag, warum auch immer. Okay. Und speichern. Okay. Okay. Okay.